Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Polaroid-Kameras. Das High-End-Produkt in unserem Polaroid-Kamera-Test geht an die Polaroid 9028. Mit der neuen analogen Sofortbild-Kamera von Polaroid hast du alles, um jeden Moment deines Lebens in einem Original-Polaroid-Foto einzufangen. Jetzt mit Autofokus, damit kannst du Momente so einfangen, wie du sie siehst, dann kannst du sie immer wieder in scharfen, lebendigen Farben erleben. Erfasse zwei Momente mit Doppelbelichtung in einem einzigen Bild, oder bringe dich selbst mit Selbstauslöser und präzisem Blitz ins Bild, so wird jeder perfekt in Szene gesetzt. Erhältlich in sieben Farben Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Insa X-Mini Polaroid-Kamera. Unterstreichen Sie Ihren eigenen Style mit der passenden Farbauswahl. Für noch mehr Persönlichkeit kann das Design der Instax Mini 11 jetzt nach Belieben verändert werden. Der integrierte Blitz der Instax Mini 11 sorgt dafür, dass die Motive immer optimal in vollem Glanz erstrahlen. So hat man eben immer alles perfekt im Bild. Dank der automatischen Belichtungsfunktion der Instax Mini 11 muss die Belichtung nicht mehr manuell über das Helligkeitseinstellat eingestellt werden. Nicht nur die stylischen Farben machen die Instax Mini 11 zum perfekten Begleiter. Durch ihre geringe Größe und das kleine Gewicht nimmt sie kaum Platz ein und lässt sich überall hin gut mitnehmen. Damit jedes Sofortbild gelingt, sorgt das Fuinon-Objektiv dafür, dass auch wirklich jedes Detail des Motivs perfekt eingefangen wird. Einzigartige Momentaufnahmen garantiert Der Preis-Leistung-Sieger in dem Polaroid-Kamera-Test ist die Kodak Printomatic. Die Point-and-Shoot Printomatic-Kamera bietet einen leistungsstarken 5 Megapixel-Sensor und ein Weitwinkel 1 zu 2 Objektiv. Mit diesem Punkt und der Aufnahmegeschwindigkeit können Sie ein neues Foto aufnehmen, während Sie das vorherige drucken. Die Printomatic-Kamera verwendet 2x 3 Zoll Kodak-Zink-Fotopapier. Die Drucke sind langlebig, wasserabweisend und reißfest. Das kompakte Design passt perfekt in Ihre Hemdtasche. Machen Sie es sich einfach, überall hin mitzunehmen. Die Printomatic ist eine Kamera mit Schlitzen zum Anbringen eines Halsriemens und zum Einsetzen einer Micro-SD-Karte. Kein USB enthalten Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.